Einem Menschen begegnen heißt, von einem Rätsel wachgehalten werden. Sein Gesicht nimmt mich in Beschlag. Nichts ist gebietender. Das Gesicht ist die Einladung zum großen Wagnis der Annäherung, zum Ausgesetztsein des einen gegenüber dem anderen. Normalerweise bezeichnet man mit Gesicht die durch Augen, Nase und Mund geprägte Vorderseite des menschlichen Kopfes. Das Wort Gesicht leitet sich her von Gesied und bedeutet Sehen, Anblicken. Wenn der jüdische Philosoph Immanuel Levinas von Visage, von Gesicht an Gesicht, oder auch vom Antlitz des anderen spricht, ist diese wahrnehmbare Form jedoch nicht gemeint. Das Antlitz seines anderen zerstört, sprengt in jedem Augenblick das plastische Bild, das er mir hinterlässt. Die Vorstellung nach meinem Maß. Für Levinas ist das Antlitz also nicht das Bild, das man sich von seinen Mitmenschen macht. Christoph von Wohlzogen, Professor für Philosophie an der Universität Frankfurt. Man muss sich einfach fragen, was macht man eigentlich, wenn man ein Gesicht anschaut? Wie kann man sich einem Gesicht überhaupt nähern? Der englische Maler Flutherland hat einmal Winston Churchill porträtiert. Und als die Witwe von Churchill dieses Bild sah, hat sie es verbrannt. Sein Malerkollege Francis Bacon sagte, ein Porträt zu malen ist immer ein großes Risiko. Was passiert, wenn ich zu diesem Antlitz einen Zugang suche? Und da passiert etwas ganz Merkwürdiges. Wenn ich versuche, dieses Antlitz in ein bestimmtes Raster zu bringen, die Farbe der Augen zu bestimmen, also irgendetwas Typisches zu finden, dann merke ich, dass es sich mir entzieht. Ich versuche es zu bestimmen, aber je mehr ich es zu bestimmen versuche, desto mehr entzieht es sich. Durch das Antlitz des Mitmenschen erfährt das Ich, so Levinas, vielmehr den Widerstand des Anderen. Du sollst dir kein Bild machen, lautet das Bilderverbot des Alten Testaments. Korrekt übersetzt müsste es eigentlich heißen, du wirst dir kein Bild machen. Denn es stellt weniger ein Verbot dar, als dass es von der Unmöglichkeit spricht, sichtbar und begreifbar zu machen, was sich aller Sichtbarkeit, aller Begreifbarkeit entzieht. Denn im Antlitz finde ich weder die bekannten Züge meines Nachbarn oder Freundes wieder, noch die des Nebenmenschen von dieser oder jener Herkunft, Nationalität oder Hautfarbe. Das Antlitz ist für Levinas bar solcher Merkmale. Seine Flüchtigkeit lässt alle meine Versuche ins Leere laufen und stellt die Bemühungen, den Anderen festzulegen, von Grund auf in Frage. Du wirst dir kein Bild machen, denn ich bin es, die stattdessen von der Andersheit des Anderen, von seinem Antlitz, heimgesucht und herausgefordert wird. Das Bewusstsein verliert seinen ersten Platz. Es wird durch das Antlitz in Frage gestellt. Die Heimsuchung besteht darin, den Egoismus des Ich umzustürzen. Das Ich verliert seine souveräne Übereinstimmung mit sich selbst. Man spricht von Levinas als dem Denker des Anderen, als dem Kritiker der auf das Ich ausgerichteten abendländischen Philosophie und der Vergessenheit des Anderen in dieser Tradition. Geboren wurde Emmanuel Levinas 1906 in Litauen in einer strenggläubigen jüdischen Familie. Schon früh geht er für ein Philosophiestudium nach Straßburg, hört ebenso in Freiburg bei Edmund Husserl und Martin Heidegger, dessen Buch »Sein und Zeit« gerade erschienen war. Er lässt sich endgültig in Paris nieder und wird 1939 als französischer Staatsbürger, als Soldat eingezogen. Er gerät in deutsche Kriegsgefangenschaft und kommt in ein Speziallager für jüdische Kriegsgefangene. Nach der Befreiung erfährt er, dass seine gesamte Familie in Litauen von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Er schwört, Deutschland nie mehr zu betreten. Ein Gelöbnis, das er bis zu seinem Tod 1995 eingehalten hat. Levinas ist mal in einem Interview gefragt worden, warum er ausgerechnet nach 1945 eine Ethik geschrieben habe. Da ist Levinas also ganz klein in seinem Stuhlsitz geworden und hat gesagt, ja, was denn eigentlich sonst? Ich habe ihm diese Frage auch gestellt in einem Interview. Die Frage lautet, ist das, was er schreibt, also sein ganzes Werk, ist Auschwitz dafür eine Begründung? Und da hat er geantwortet, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Das sei keine Begründung, sondern das sei der Weg, den seiner Generation gegangen war. Weg ist ein anderer Zugang. Weg ist einfach der Vollzug. Da kann er nicht heraus. Er kann sich davon nicht lösen, aber er benutzt es nicht als etwas Abstraktes. Er ist da einfach drin. Er ist mit seinen Erinnerungen, mit seinem Denken ist er drin. Er wird sich davon nie loskommen. Er hat natürlich auch gesagt, die Notwendigkeit, das Ethische zu bedenken, ist nach Auschwitz stärker geworden, dringender. Nach Auschwitz muss man gewisse Dinge anders sehen. Denn für Levinas sind die ethischen Grundlagen abendländischer Tradition durch den Massenmord an anderen, der im Namen eines Volkes und seiner vermeintlich legitimen Selbstinteressen geschah, zutiefst erschüttert worden. Aber Levinas ist nicht der erste Philosoph, der gegen die Selbstinteressiertheit eines Kollektivs oder eines Ichs Einspruch erhoben und seine Aufmerksamkeit der Dimension des Anderen zugewandt hat. Bereits für Ludwig Feuerbach war das Ich, das Souverän sich und seine Welt konstituiert, eine metaphysische Fiktion. Der erste Stein des Anstoßes, an dem sich der Stolz der Ichheit bricht, ist das Du, das andere Ich. Erst stellt das Ich seinen Blick in dem Auge eines Du, ehe es die Anschauung eines Wesens erträgt, welches ihm nicht sein eigenes Bild zurückstrahlt. Der andere Mensch ist das Band zwischen mir und der Welt. Ich bin und fühle mich abhängig von der Welt, weil ich zuerst vom anderen Menschen mich abhängig fühle. Kein Stein, der schwer und blicklos vor mir liegt, kann mir das Gefühl meiner selbst vermitteln. Kein Tier, dessen Blick, ohne mich zu meinen, gleichgültig durch mich hindurch geht, vermag mir das Bild meiner selbst zu spiegeln. Nur zwischen den Menschen existiert jene Blickbeziehung, in der Ich und der Andere sich sehen und spiegeln, Ich und Du einander anblicken und bestätigen können. Diese Erkenntnis ist für Feuerbach der Ausgangspunkt eines jeglichen Weltbezugs. Denn bevor überhaupt das Ich sich souverän der Welt gegenüberstellen kann, als Subjekt seinen Objekten, muss es sich selbst im Anderen, im Du erfahren und in dieser Ich-Du-Beziehung einen eigenen Stand erworben haben. Feuerbach ist ja ein Denker des 19. Jahrhunderts, der in der Reaktion auf den hegelischen absoluten Geist, der sozusagen alles beherrscht, sagt, Das Erste ist nicht das Objekt, auf das ich mich beziehe, sondern das Erste ist ein Du. Das Erste ist nicht die Gewissheit, dass es etwas gibt, sondern die Gewissheit, dass es einen Anderen gibt. Und dieses Du, das ist sozusagen mit mir da. Das ist der entscheidende Ausgangspunkt. Denn im Anderen entziffert das Ich, so Feuerbach, seine eigenen menschlichen Züge. Der Andere ist mein Du, mein alter Ego, der mir gegenständliche Mensch, mein aufgeschlossenes Innere, das ich selbst sehende Auge. An dem Anderen habe ich erst das Bewusstsein der Menschheit. Durch ihn, erfahre, fühle ich, dass ich Mensch bin. Anders als bei Levinas gilt also das Gebot der hebräischen Bibel, du wirst dir kein Bild machen, für Feuerbach nicht. Denn er geht davon aus, dass das Ich, das seh- und erkennbare Anthropomorphe gegenüber braucht, um in ihm sein eigenes Bild zu finden. Keine sprengende Gewalt wie bei Levinas, kein Antlitz, das sich dem Blick entzieht. Der Andere ist für das Ich vielmehr eine integrative Kraft. Ich und Du bilden gleichsam die Urverbindung, der alle weiteren menschlichen wie nichtmenschlichen Weltbezüge zugrunde liegen. Bei Feuerbach dient aber die Gleichrangigkeit von Ich und Du wesentlich dazu, zu zeigen, dass die Ontologie bei Hegel nicht wirklich begründet worden ist. Es geht nicht so sehr um die Entdeckung des Anderen als Fremden, sondern es geht eigentlich um den Beweis der Realität der Außenwelt. Also es ist noch eine ontologische Fragestellung und das ist das Entscheidende. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts kommt es in der Philosophie zu einer wirklichen Herausforderung des Ichs durch den Anderen. Zwar ist der Mensch in der Welt durch seine vielfältigen Seinsbezüge bestimmt, aber in seiner Beziehung zum Anderen enthüllt sich noch etwas anderes. Tante, sprich mit mir, ich fürchte mich, weil es so dunkel ist. Was hast du denn davon? Du siehst mich ja nicht. Das macht nichts. Wenn jemand spricht, wird es hell. Es war Sigmund Freud, der diesen kleinen Dialog zwischen einem dreijährigen Knaben und seiner Tante festgehalten hat. Kindliche Furcht allein im Dunkeln, wo die sichtbare und bekannte Welt gänzlich verschwunden ist. Aber das Kind verlangt kein Licht, das die Dinge wieder deutlich erkennbar an ihren Platz stellt. Es ist die Stimme des Anderen, nach der es ruft. Es will angesprochen werden. Sprich mit mir. Diese Dimension des Du in der Beziehung zum Anderen, die im Gespräch, im dialogischen Miteinander offenbar wird und den Vorrang des Ichs infrage stellt, gewann auch für den jüdischen Philosophen Martin Buber eine besondere Bedeutung. In seiner programmatischen Schrift »Ich und Du« aus dem Jahr 1923 stellt er fest, »Es ist eben nicht so, dass das Kind zuerst einen Gegenstand wahrnehme, dann etwa sich dazu in Beziehung setzte, sondern das Beziehungsstreben ist das Erste, die aufgewölbte Hand, in die sich das Gegenüber schmiegt, die Beziehung zu diesem eine wortlose Vorgestalt des Du-Sagens.« Im Du ist also weder die Welt mit ihren sichtbaren Gegenständen gemeint, noch eine wahrnehmbare Person. Das Du ist vielmehr Ausdruck einer Beziehung zwischen zwei Menschen, die sich nur in der direkten Ansprache ereignet, in der Anrede, im Rufen, Appellieren an den Anderen. Während die traditionelle Philosophie das Gegenüber im Indikativ der dritten Person erfasst und als ein Etwas oder ein Es betrachtet, geht es Buber um diesen dialogischen Bezug zum Gegenüber, der durch den Vokativ der zweiten Person, durch das Du, eröffnet wird. Die Welt ist dem Menschen zwiefältig nach seiner zwiefältigen Haltung, zwiefältig nach der Zwiefalt der Grundworte, die er sprechen kann. Das eine Grundwort ist das Wortpaar »Ich-Du«, das andere Grundwort ist das Wortpaar »Ich-Es«. Im Grundwort »Ich-Du« wendet sich der Mensch von seinen Seinsbezügen ab und dem Anderen zu. Nicht um seinen Blick zu suchen, auch nicht um sich ein Bild von ihm zu machen, sondern um einer ursprünglichen Begegnung mit dem Anderen Willen, die jenseits aller Blicke aller Bilder geschieht. Auch Buber orientiert sich dabei an der hebräischen Bibel, an der Beziehung jedes Einzelnen zu Gott als dem ganz Anderen, der höchsten Bekundung aller »Ich-Du«-Beziehungen. Der adäquate Zugang zur Anderheit des Anderen ist dieses »Du«-Sagen, also eine unmittelbare Berührung in diesem Anruf. Aber nicht nur Martin Buber zählt zu den sogenannten »Dialogikern«, d.h. zu den Philosophen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Wende aus der »Ich- oder Subjektphilosophie« hin zum »Du« und einer »Dialogischen Philosophie« vollzogen haben. Ebenso gehören die jüdischen Denker Hermann Kohn und Franz Rosenzweig dann von christlicher Seite Eugen Rosenstock-Hüssi, Friedrich Gogarten, Ferdinand Ebner sowie der christliche Existenzialphilosoph Gabriel Marcel zu deren Vertretern. Ihr »Neues Denken« bildet jedoch nicht bloß eine Antwort auf die traditionelle Philosophie, »Es antwortet ebenso auf die Moderne, mit ihrer auf Verfügbarkeit und Wissen ausgerichteten Welt sowie auf den modernen, gottesfernen, rationalistisch verarmten »Ich-Es-Menschen«. Denn in der unverfügbaren Begegnung mit dem Anderen, in der unvorhersehbaren Berührung durch das »Du«, wie es ihm angesprochen werden, aber ebenso in der Liebe zwischen zwei Menschen geschieht, soll der Mensch im »Du«-Sagen« wieder für eine echte menschliche Existenz aufgeschlossen werden. Und nicht zuletzt für jene Begegnung par excellence, für die seit jeh der Name »Gott« gestanden hat. Das ewige »Du« bei Buber. Denn die verlängerten Linien der Beziehung schneiden sich im ewigen »Du«. Jedes geeinzelte »Du« ist ein Durchblick zu ihm. Durch jedes geeinzelte »Du« spricht das Grundwort »Das Ewige« an. Emmanuel Levinas kann zwar an dieses »Neue Denken« anknüpfen, trotzdem gehen ihm als dem »Denker des Anderen« die Dialogiker, besonders Martin Buber mit seinem Grundwort »Ich, Du« noch längst nicht weit genug. Christoph von Wohlzogen. Ich würde Levinas tatsächlich nicht zur Dialogphilosophie rechnen. Levinas macht etwas deutlich. Er sagt, es liegt überhaupt nicht mehr in meiner Kompetenz, mich auf den Anderen zu beziehen, in meiner Spontanität, sondern ich bin schon, auch den Anderenbezug, er nennt es ausgesetzt. Das ist eine Ausgesetztheit. Wie komme ich zum Anderen? Bei Buber ist es sozusagen, indem ich »Du« sage, und da würde Levinas sagen, das liegt noch in meiner Spontanität. Levinas verschärft somit die Bedingungen im Verhältnis zum Anderen. Keine dialogische Wechselseitigkeit, keine Begegnung in einer vertrauten »Ich, Du«-Beziehung, stattdessen einseitige Haftung für den Anderen, zu der ich ohne gefragt zu werden aufgefordert bin. In unseren eigenen Analysen geschieht der Zugang zum Nächsten ursprünglich nicht im Anrufen des anderen Menschen, sondern in meiner Verantwortung für ihn. Verantwortung, die an die Lage einer Geisel erinnert, ohne Erwartung von Gegenseitigkeit. Nicht durch Blicke, Gestern oder Worte werde ich zur Verantwortung aufgefordert, sondern durch das aller Merkmale entblößte Antlitz des anderen Menschen, dessen Nacktheit, Schwäche und Appell zugleich, mich zu einem für ihn Verantwortlichen macht. Die Nacktheit des Antlitzes ist Entblößung und in der aufrichtigen Gratheit, die »Mich« meint, schon inständiges Flehen. Doch dieses inständige Flehen ist eine Forderung und dadurch kündigt sich die ethische Dimension an. Niemand kann hier an meine Stelle treten. Wenn die Verantwortung an mich appelliert, wie an einen Angeklagten, der die Sache nicht wird zurückweisen können, verpflichtet sie mich als jemand einmaligen und unersetzbaren. Kein Vokativ der Anrufung wie bei Buber, vielmehr steht für Levinas, das »Ich« von vornherein im Akkusativ, im Anklagefall, so die wörtliche Bedeutung des lateinischen »akkusare«. Der andere hat mich, ob ich es will oder nicht, immer schon zur Verantwortung gezogen. Jenseits von Altruismus, Barmherzigkeit und christlicher Nächstenliebe, die ganz von meinem Wollen abhängen, bin ich gleichsam in der Nacht meines »Ich«-Bewusstseins vom Anderen gepackt, seine Geisel. Wenn wir vom Ethischen reden, wie es Levinas ja tut, dann geht es darum, dass ich mit meiner Verantwortung anfange. Also, dass ich keinen Stellvertreter habe. Levinas sagt, und zwar mit Dostoyevsky, ich bin für alles verantwortlich, ich bin sogar für das Universum verantwortlich. Das heißt aber tatsächlich nicht, dass ich jetzt das ganze Universum schultern muss, sondern ich allein auf der Welt, ich bin ganz allein mit meiner Verantwortung eben für den Anderen. Und die kann mir keiner abnehmen. Und das ist der entscheidende Punkt. Kant sagt einmal, sehr interessant, in Bezug auf den Anderen darf ich nachlässig sein. Ich kann ja denken, er ist bloß Mensch. Aber in Bezug auf mich selbst muss ich ganz strenger verfahren. Genau dieses »Mich betreffen«, der Verantwortung, das ist das Entscheidende. Und Verantwortung heißt eben nicht, heute ja, morgen nein, sondern die Verantwortung kommt sozusagen mir voraus. Häufig bezieht sich Levinas auf eine Passage aus Dostoyevskys Roman »Die Brüder Karamazov«. Gewiss muss es Diener und Herren geben, aber lass auch mich einmal Diener meiner Diener sein und ihnen dienen wie sie mir. Ja, und ich sage dir, Mütterchen, ein jeder von uns ist vor allem an allem schuldig. Ich aber bin es mehr als alle anderen. Es gibt Diener und Herren, das ist der erste Satz. Der erste Satz bedeutet in der Sprache von Buber, das ist das »Ich-Es«. Das ist ein Machtverhältnis, Herrn und Knechte. Das zweite, aber lass auch mich einmal Diener meiner Diener sein, bedeutet Gegenseitigkeit. Und das wäre eigentlich das »Ich-Du« bei Buber. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt kommt nämlich der dritte Teil. Ja, und ich sage dir, ein jeder von uns ist vor allem an allem schuldig, ich aber bin es mehr als alle anderen. Dieses »Mehr als alle anderen«, das ist die entscheidende Steigung dann bei Levinas. Das ist sozusagen die Asymmetrie der Asymmetrie. Die ursprüngliche Asymmetrie ist ja Macht. Und die Asymmetrie der Asymmetrie ist eigentlich Verantwortung. Das heißt aber nicht, dass der andere nun mehr wert wäre als ich, sondern ich bin von Anfang an verantwortlich für den anderen und ich bin es allein. Levinas antwortet damit nicht zuletzt auf die geschichtliche Erfahrung des Nationalsozialismus, wo die Verantwortung des Einzelnen für den anderen im Namen von Volk und Nation ausgeschaltet werden konnte. Vor die ersten Zeilen seines Hauptwerks »Jenseits des Seins oder Anders als Sein geschieht«, das 1978 in Frankreich erschienen ist, hat Levinas zwei Widmungen gestellt. Die eine gilt dem Gedenken der Angehörigen sowie der Millionen von den Nationalsozialisten ermordeten Menschen. Die andere Widmung ist auf Hebräisch verfasst und nennt wie zum Schutz in einer fremden Sprache verschlüsselt die Namen seiner Angehörigen. Beide Widmungen bilden den Eingang in das Buch, das nichts mehr davon verlauten lassen wird, aber es ist in allem Gesagten mitzuhören. Als Resonanz auf das, was geschah. Denn alle Ethik, egal in welchem Namen sie spricht, kommt für Levinas zu spät, wenn man sich nicht vor allen philosophischen Überlegungen auf jene Verantwortung für den anderen besinnt. Eine Verantwortung, die für ihn älter ist als alle ethischen Lehren, weil sie durch kein Gebot, sondern durch das menschliche Antlitz wachgerufen wird, welches das Ich wortlos in Beschlag nimmt. Das Gesicht des Nächsten bedeutet mir eine unabweisbare Verantwortung. Die Enthüllung des Gesichts ist Nacktheit. Selbstaufgabe, Altern, Sterben. Nackter als die Nacktheit, Armut. Runzlige Haut, Gegenwart, Die in allen ihren Augenblicken ein Sich-Zurück-Ziehen in die Lehre des Todes ist. Mit dem Risiko, niemals wiederzukehren. In den County, der auf Temperatur ist alles bis zum Ries tries, bei denen die F cruciale winsøre sind, bei denen die Jubiläu erholen muss. Vielen Dank.